Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von Let's Play Force und wir zocken DTA 5, der Story Mode. Ja, mal schauen wie es sich hier so spielen lässt. Ich spiele das ganze übrigens mehr oder weniger blind. Ich habe nur ein paar Missionen angezockt und also 2-3 Missionen. Wir gehen durch zur Wache. Und der Rest machen wir alles blind. Wir sehen schon die kleinen Fails von die Macher von GTA, also Rockstar Games, bla bla bla. Das alles in Englisch ist und sie keine ordentliche Synchro machen von unserer eigenen Sprache. Beziehungsweise Italienisch oder Griechisch oder Deutsch oder was anderes. Aber was will man da machen? So ist das, Noah. So, Handy raus. Und Kontakte wählen und zünden. Geil. Einfach nur geil. So. Autofen, Fader, durch Markierungen, wir zählen. Die ist durch Markierungen, die ist halt nicht. Also, wir rein mit uns und das Geld ja wollen. Achso, hier ist noch mehr Geld. Oder? Noch mehr Geld. 100.000. Oh, fast 200.000. Das ist natürlich noch besser. Come on, come on. Übrigens ist das jetzt Michael, den wir hier gerade spielen. Oh mein Gott, er hat mich. Und jetzt wechseln wir auf. Survivor. Der crazy man. Das war nicht nötig. Alter, der hätte ja den Schädel wegpuffen können. Das war nicht nötig. Das war nötig. Und jetzt wechseln wir hier und ab. Wir gehen mal hier. Warten, dass die Tür aufgespringt wird. Wie gesagt, ich kenn das ja jetzt hier, weil ich wollte mich ja erstmal so ein bisschen einspielen, damit sie nicht voll... So, jetzt gehen wir erstmal raus hier. D, get the shutter switch. What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on, go. Move. We're coming through. Blame the pricks who called you out here. We keep going forward. Come on, get out. Was? Was? Wo? Achso, ja, die sind ja von anderer Seite. Alter, was für ein Fail. Ich wollte jetzt so ganz cool auf Pro Gamer machen und hinter mir ziehen. Zielen zwei Schrot auf mich. Aber ja. Get out of the way or suffer the consequence. Oh, jetzt machen wir den, wie er kalt. What? Don't be as dumb as you look. Alter, was machst du denn? Bleib da stehen. Come on, guys. Geh mir da. What are you, buddy? They answered the wrong call. Move, move, move. No, 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 no Jetzt gibt mir so eine scheiß Sport. Nein, Alter, will der mich verarschen? Liegt der da noch auf dem Boden? Wo schießen die hin? Auf die Fingernägel? Mann, ey. Was ist denn? F*** diese Leute! Geht raus! Geht raus! Geht raus! Geht weg! Geht raus! Geht raus! Die sind die ersten die hier gefeiert sind. Die die hier auf der Schraube fassen. Geht raus! WTF, ich war jetzt nicht nur krass, das war jetzt so ein Wahnsinn. WTF, der wollte wieder aufgehen jetzt. Wir müssen den Cops nicht kommen. Ich versuche es ja die ganze Zeit, aber ich werde den Cops nicht zu nehmen. Oh, ah du, da ist keine Wunschlein. Alter, wirst du mich verraten? Fuck. Achso, ich könnte hier so mit Michael wechseln und so. Wollen war er ja nicht. Was? Alter, bitte. Alter, so weit. Ich hoffe, er wartet. Ich muss mich verraschen, ja. Alter, ich wechsel mal hier in Michael. Geht nicht mehr. Okay, auch gut. Wie war das nochmal? Hier. Ja. Okay, wir sind ja schon alle tot, dann hauen wir ja ab. Einfach nur wegkanneln. Weg hier. In den Fahrzeug rein. So Michael und Einerheit, Swerver. Wooh! Keine Neuer, aber wenn andere geworden ist, dass ich leider nicht fach. Übrigens ist es jetzt erwarten. Okay, der ist jetzt halt. Und jetzt müssen wir fahren. Ich glaube, der Michael war ja ziemlich angepisst. Oh. Nein, nein, nein. Aber ich meint, könnten wir uns ja jetzt mal geben. Hier wird es jetzt eigentlich alles gerade sein. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das war jetzt ja krass. Und die Flucht ist down. Jetzt müssen wir zu Fuß laden. Ein paar Einschlaglöcher hat er. Was? Stick to the fucking plan. Come on. Ja, halt dich an den beschissen Plan, du Idiot. Where the fuck's the chopper? Fuck. So, wo zum Teufel ist der Hübschrauber? Das wissen wir selbst nicht. Boom! Snipes. Der erste Tor. Brett. Okay, der heißt Brett. Und, ouch. Der zweite Tor. Er will uns nicht im Stich lassen. Ich stehe hier. Ich stehe hier! Ja, fucking tolles. Ja, ich geh raus. Ich stehe nicht jetzt tot. Ja, fucking blöde Hübensöhne. Kill me, you pricks! Die, you suckers! Ja, suckers, ja. Ja, suckers. Und die motherfucker und ihr Pisser und ich töte euch alle. Hauen wir hier lieber mal ab. Und nehmen uns noch eine alte Geisel. Ja, die alte Schachtel. Ey, die alte Schachtel ist schneller auf mir. Ja, ich schieße ihr in den Arsch, wenn ihr hier nicht abhaut. Und der Trevor wird verfolgt. Und die ersten Schüsse fallen. Ob er jetzt nun drauf geht oder nicht, das kann ich leider nicht wissen. So. Videosequenz ist weg. Mal schauen, was jetzt noch passiert. Achso, Michaels Beerdigung. Ja, er war ein Mensch, da hast du recht. So, vielleicht... wir sollten nicht judge. Rockstar Games präsentiert... Team 5. Oh ne, Michael lebt. Wie das denn? Ja, das wäre im Laufe der Zeit wahrscheinlich... ...erklärt bekommen. So, Grand Theft Auto 5. Einfach nur der geilste Wahnsinn, muss ich sagen, weil ich habe schon ein bisschen gezockt mit Neo und die anderen. Es ist einfach nur krass. Sei es das Online-Mode, sei es hier die Story-Mode. Aber wir fangen alles nochmal von neu an, damit jeder auch sieht, wie hart es sich hier arbeiten muss. Er ist ein guter Kind? Er ist ein guter Kind? Er ist ein guter Kind? Ein guter Kind? Warum? Hat er die verdammt der Böden? Nein. Er sitzt auf seinem Arsch jeden Tag. Smokin' Dope und gerkin' Auf, während er spielt das verdammte Spiel. Und das ist unsere Standard für Gesundheit? No wonder, dass das Land verletzt wird. Ja, ich spiele die Spielen jetzt nochmal gut. Also, das ist jetzt schlecht, oder? Ja. Hey. Ich hatte keine Vorteile, die dieser Kind hat. Nachdem ich seine Zeit war, habe ich bereits zweimal in der Prisition gewesen. Ich habe Banken gesessen. Ich habe Hörer gesessen. Und du siehst sie als Erwartungen? Diese waren die Möglichkeiten, die ich hatte. Zumindest habe ich sie. Und wo haben diese Möglichkeiten dich bekommen, Michael? Sie haben mich richtig. Sie haben mich hier. Das Ende der Straße. Mit einem großen Haus und einem nützlichen Kind. Und ich spreche mit dir, weil niemand anderes eine Scheiße gibt. Oh, ich lebe einen Traum, Baby. Und dieser Traum ist f***. Es ist f***ing f***. Lass ruhig die Wut aus. Wir wollen ja nicht, dass du irgendwann mal deine Wut zu Hause ausbricht und mit der Schrot deiner Frau hier mal ordentlich auf die Nuss haust. Ich glaube. Ich glaube. Ich muss dir sagen. Ich bin nicht zu sicher, dass diese Scheiße für mich funktioniert. Hm. Oh. Ein Gefühl der überwaltungsfähigkeit ist ein wichtiges Teil des Prozesses. Embrace es. Whatever du sagst, Doc. Alter Psychologen sind sowieso da. Nutzlos. Der geht nur da nicht hier. Gut. GTA 5. Eine riesen Welt. Mit die krassesten Karren. Die krassesten Maps, wie wir da sehen. Einfach nur geil. So kann ich das beschreiben. Man kann jeden Scheiß bauen. Was man nur will. Fahrrad fahren. Das einzige, was wirklich fehlt, ist... Ja, und wenn du zum Beispiel zu einer Notte gehst oder so, du siehst rein gar nichts. Das ist ja ein riesen Fail. Ich mein, wenn man schon da hingeht, dann muss man ja stehen, oder? Neonatory Joint an einer ungünstigen Stelle. Ja, ich weiß nur, wie du fühlst. Man, das Scheiß muss hier irgendwo sein. Ja, du darfst was sagen. Ich bin sowieso nur GTA 5 am Zocken. Und der, nicht der erste... Nee, der erste Story-Mall-Teil. Ah, geil. Ja, ich werde berührt. Ja, ich werde berührt. Ja, ich werde berührt. Let's play start. Da geht ja online, ja. Ja, das machen wir heute Abend nochmal. Ja, wir haben heute genug Zeit. Wir müssen halt Kräuter-Tippen. Das nehmen wir mit auf, ne? Ja. Nein, okay. Da geht alles drüber, ja. Viel Spaß, Leute. Wir sehen wieder Delta-Up-Loop. Alter, nix abnug. Ich rock hier GTA. Rocks GTA. Ja, und wenn ihr wartet, rocke ich bei euch gleich mit. Okay, du kannst doch einfach gehen, ja. Mach mir einfach spontan. Okay. Also dann, bye-bye. Ja, Leute. So sieht's nämlich aus. Gleich werden wir nochmal online spielen. Und an dieser Stelle beende ich, ähm, das Recording. Die Aufnahme. Denn hier müssen wir jetzt vielleicht zwei Autos klavern und damit dann rumfahren und so weiter und so fort. Und ist doch einfach nur... Weil... Ja, bis zum nächsten Mal, Leute.